Hilfe, die Mühle ist ja nur Schrott. Sie macht von außen nicht viel her, aber sie hat echt was los, Junge. Chewie, was ist los? Ich sagte doch, du sollst alles vorbereiten. Ein kleiner Snack? Du weißt doch, wir müssen los. Halten Sie auf! Wir müssen die Kiste in die Luft ziehen. Jetzt! Du übernimmst Cockpit, Kanone und Sensorschlüssel. Kapiert, Fell Knoll? Ja, Erzhoof. Wir können den Aufzug in Position bringen. Was ist das, was ist das, was ist das? Ich werde die Kiste in die Luft kriegen. Oh! Oh! Uh! Oh! Oh! Okay. Das war's für heute. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Oh nein! Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Gewöhnlich gehe ich ihnen aus dem Weg. Das war's für heute. 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 Durchhalten, Kumpel! Okay. Das war's für heute. Ah. Das war's für heute. 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 Tja, 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 Tja! Okay. Ah, 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 ah. Uh, ah, 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 oh, ah. Das war's für heute. Das war's für heute. Schuhe, schaff uns raus hier! Das waren die Droiden, die wir gesucht haben. Schnallt euch an, ich mach jetzt den Sprung durch die Lichtmauer. Das muss jetzt bald Alderaan sein. Was? Wo ist es? Vernichtet. Vom Imperium. Er fliegt auf den kleinen Mond zu. Das ist kein Mond. Es ist eine Raumstadt. Ein Traktorstrahler hat uns erfasst. Er zieht uns rein. Da verliert ihr, aber es gibt eine Alternative zum Kämpfen. Niemand an Bord, Sir. Schicke einen Spürtrupp an Bord. Ich will jeden Winkel durchsucht haben. Jawohl, Sir. Ich fühle etwas. Eine Präsenz. Ich lange nicht mehr... Nein, nein. Das war es nicht. Ja, ja, nein. Ja, ja. Das... Nein. Ja. Hm. So vertraut. Lächerlich. Selbst wenn ich starten könnte, würde ich am Traktorstrahl festkleben. Überlass das mir. Ja, das war es nicht. Untertitelung des ZDF, 2020